Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Wie versage ich am schnellsten mit Tainted Lost? Ich, äh, ja. Das bringt mir gar nichts. Ich wollte das erste auslassen. Schade. Komm, wir starten neu. Wir machen das jetzt richtig. Oh, ja. Tainted Lost, der kleine Mafakur. Lass es. Don't shoot. Wir sind hier nicht in, äh, einem, äh, westlichen Land. Welches ich jetzt nicht erwähnen möchte. Hm, 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 hm. Ja, moin. Ja, ja, schön. Es ist so schön. Will ich das? Will ich ein paar Dinge mal leerer machen? Naja. So, so. Zeig mir, was du hast. Nichts. Naja. Gut. Weiter geht's. Können Sie bitte alle gehen? Danke. Hier gibt es nichts zu sehen. Pushpin. Piercing Shots. Shoot, shoot, shoot. Shoot, shoot, shoot. Ach so. Mach, was du willst. Denn ich habe, äh, fliegen. Hm? Schwebe habe ich. Pew, 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 pew. 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 Ah, okay. Cool, cool, cool. Weiter geht's. Yeah. Nö. Lass das. Ist gut so. Mach, mach. Aber eigentlich ist ja, ich will Gott sagen, ist ja eigentlich auch egal, ne? Weil gibt's mir sowieso Sachen, die ich nie brauche. Also. Schwenk, schwenk, schwenk. Meins, meins. Ja, 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 ja. Gut. Das war gut. Ja. 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 Okay. Ich glaube tatsächlich, das ist gar nicht mehr so schlecht, dass ich den Coupon mitgenommen habe. Natürlich von Doris Box wäre auch ganz cool. Ey. Was ist das? So unterlassen sie dies. La Bomba. Okay. 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 Leggo. Aber. Lassen sie mich in Ruhe. Bitte. Ich sagte doch bitte. Ich will keine Pillen. Speed down. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. нибудьớbbir. Ey. Dramatische Musik. Ich wäre soin. Okay. Already. Ihr kleinen Lormauzeit. So. So, so, so. So, so, so. Bitte gehen Sie. Bitte, bitte. Ich sag dir bitte. Okay, 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 okay. Gut, dass das nicht lange dauert. Ich möchte weinen. La-da-da. La-da-di. Was haben wir denn hier? Ja. Eine Münze. Mhm. Och, nö. Och, nö. Och, nö. Och, nö. Nö. Das dauert so lang. Nö. Sag mal, wo ist hier denn Shop oder so? Ich will Dinge tun. Ach so, das sind... Ich hab direkt zwei. Oh. Also, ich bin... Boone do that, please. Und nochmal. Hey. Hey. Hui. 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 Oh mein Gott, das Spiel macht so viel Spaß, ey. So, so, so. Ihr seid so dumm. Können wir nicht klettern? Oder springen? Oder ähnliche? Hilfe ist hier. O They're so dumm. Okay. ich glaube glowing our glow ja und glowing mein gehirn denn gerade ich spreche es falsch aus das ist finde ich witzig nein du visamixer alter nein Oh, Männer. Ja. Gefällt mir nicht, aber gut. Passt nicht. Obwohl Shot Speed... Ich dachte, ja, das ist okay. Ich habe gar keinen Schlüssel. Gib mir Schlüssel. Ich habe gar nichts. Gib mir irgendwas. Ja. Ja. Okay. Hallo, Schlüssel. Dankeschön. Nur ein. Ein Schlüssel und ein kleines Damage ab. Okay. Jawohl. Na geht doch. Das war die richtige Entscheidung. Ein. Tu, neétait es noch? Da. Ja, das war kein Schmerz. Ja, das war hin. Es war mir gerade. Qualt control ist richtig wichtig Oh, eine Bipsen Schön Ihr seid nicht schön Oh, eine Bipsen Also perfekt wäre ja jetzt Sehr gut Ich brauche noch einen Schlüssel, ne Jungs, Mädels So nämlich Rrrr Ja, ja Ah, ja Ah, ja Ah, ja Ah, ja Oh, ja Oh So nämlich Könnte der mal aufhören zu spawnen hier? Das ist ja grausam Oh, Gott Natürlich Er hört nicht auf Dankeschön Dankeschön Ey Hätte ja auch was cooles drin sein können, ne? Aber nein Los nicht Los nicht Oh, ja Ah, ja Oh 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 Whatever! Aia! 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 Das wird... Oh Gott, mein Herz. Mein Herz. Warte mal, habe ich eigentlich noch eine... Aktiv oder nicht? Mom? Dad? Ah, ihr habt ja schon... Äh, ja. Gut. Ausgezeichnet's. Ooh-hoo-hoo-hoo. Alrighty. Ist mir egal. So, ich habe immer noch nicht... Äh, immer noch nicht den Goldraum gefunden. Ich bin hart konzentrated, hier. Das ist gut. Nee, der muss ich gar nicht. Ja, ich hab ja ein bisschen was an Lack, d.h. viele Axis. Habe ich ein Schu...ja...ja...jamoin...bitte...funktioniere jetzt auch vernünftig. Ich hab die ganze Zeit Angst bei jeder Chest so...oh, Mimic...oh, Mimic...oh, das wird nichts. Oh, Mimic... So, so, so... So, so... Tschüss. Ah, ja, cool. Ich konnte grad gucken. Ich hab anscheinend noch ein, äh... Ehhh...dings? Ich hab anscheinend noch ein, äh... Ich hab anscheinend noch ein... Mimic...oh, mimic... Okay... Boom... Ja, komm schon! Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? I don't know. I don't know. So. Warum denn du? Ich mag ich nicht. Btg. Fuck. Okay. Wir waren so zerronen. Und? Ja. Dethtässen ist ein... Hammer. Ich bin mal, Mimic. Ji-Joh. Ich bin diez. Ist gar nicht oben. Aber dann bin ich alle hier. Fertig. Zieh, Fliege. Ja, perfekt. Ein internales Herz. Wäre das gut, oder wäre das gut? Hey, 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 hey. Hü, hü. So. Der habe ich nicht gesehen. So, Konzentration. Da ist ein unsichtbarer Dude unterwegs. Wo ist er? Da ist der. Irgendwo da. Da. Diese Kiste. Ich sehe den nicht. Hilfe. Oh, der ist gut. Okay. So, und jetzt hätte ich gerne Hive-Mind. Hive. Hive. Okay. Oder was haben wir hier? Schhh. Nööööööööööööööööööö? Okay. Komm raus. Mann. Ey. Wir kriegen das hin. Wir müssen nur hart auf Abstand. Yes, sir. Ich freu mich. Silly. Sind das Vaters lange Beine? Haha. Ich habe sie ausgetrickt. Mister. Ich hätte jetzt geschrien, wären da zwei Items drin gewesen. Ja, so. Gut, gut. Ausgezeichnet. Gut. 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 God. Hup, hup, hup. Was finde ich eigentlich mit dem ganzen Geld? Oh oh. Entschuldigt. Das hat weh. Au. Was haben wir denn hier? Müll. Müll. Das war langweilig. Ach ja. Ja, ich werde jetzt genau das tun. Was ihr denkt. So. Einfach nur, weil ich es kann. So. War das cool oder war das gut? Das war doch jetzt gar nicht mal so schlecht. So, jetzt haben wir schon... So, jetzt bin ich schon einig. Ja. Das war's für heute. wir ziehen jetzt alle weg gestern Und weiter geht's So, hab ich jetzt aber Ich hab doch schon, oder? Ne, wieso? Hä? Ich versteh's nicht Sehr gut Meh Ich versteh's nicht Boah, ich hab grad ein bisschen Ich muss mal eben kurz hier Dinge tun So, ich bin wieder da Ich habe mir ein kleines Sprich Deutsch Ich habe mir ein Kaltgetränk geholt Genau dies wollte ich sagen Ich bin so nervös, Leute Ihr könnt es euch nicht vorstellen Ich hätte nochmal gerne sowas wie Psyfly Okay All righty. Ich hab keine Ahnung, was abgeht. Bomben. Ja, nee, komm. Weiter. Oh, Mom. Also, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man mit Tainted Lost Holy Cards findet. Aber es kann auch manchmal sein, dass du keine findest. Hm. Was war da jetzt so Holy-Geräusch und so? Egal. Paperino. Warte mal, wie viele... Ich hab erst... Ich hab... Nö. Na, obwohl... Ist ein Boss-Challenge, ne? Krieg... Komm. Wenn... Wenn wir Damage bekommen, dann... Sag ich einfach Schussikowski und dann ist alles super. Okay, wir haben keinen Schaden. Das war gut. Pfft. Oh, je, oh, je, oh, je, oh, je. Warte mal, hab ich beide Schlü... Oh. Oh, nice. 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 ... Jetzt mal. Oh, shit. Du schreit. Okay. Okay. Das war's. Das war's. Okay, ich bin, ich bin gerade wirklich, also mein, äh, mein, mein... Mein Gemüsezustand ist gerade eine 10 von 10. Ah, ich hab dich noch gar nicht eingesammelt. Ja, dann komm mal mit. Okay, oh Gott. Das bringt mir, also Fazia... Ach komm, ich probier das jetzt mal aus. Okay, das hat sich ja richtig gelohnt. Ach, Ace of... Ich war gerade bei Ace of Diamonds, alles klar. So. Mein Freund im Kupferstecher. Wie sieht's aus? Wollen wir uns fighten oder was? Okay. 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 Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, gut, old Hashi Hör damit einfach auf Fuck Komm schon, komm, 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 komm Oh, Gott Oh, das wäre auch eine 10 von 10 Aber gut Soll ich dir leben? Oh, das war alles nur ein Traum Ich muss mal eben, äh, hier, äh, Moment So, oh Nope Oh, Gott Ich wollte gerade sagen, irgendwann ist auch einfach nur noch lächerlich, ne? Oh, Gott Oh, Gott Oh, Gott Oh, Gott Oh, Gott Jeder Pupi ist wichtig. Oh ja, stimmt, Schlüssel. Ja, 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 ja. Ihr habt vollkommen recht. Alle miteinander. Sehr gut aufgepasst. Es gibt keine Abzüge in der B-Note. Das war dumm. Das hätte auch echt doof ausgehen können. Mit einer Mimik zum Beispiel wäre das doof gewesen. Okay. Hallo, Isaac. Oh. Okay. Isaac wurde einfach vernichtet. Zerstört. Boy. Hey. Aber nicht den, du. Blümel. Leute. Ist das ein Tier? Äh. Äh. Ach, das gibt sogar. Damage ab. Wiss ich gar nicht. Ja. Ja. Schnell wieder raus. Sehr gut. queue. Los. Ich weiß. Ja. Ja. Oh, ich hoffe ich auf den D6, ne? Das wär ein Räumchen. Mir ist kurz das Herz stehen geblieben. Hat man das gesehen? Komm schon, mach mich jetzt nicht schwach, Alter. Oh, ich geh kaputt. Wo ist der denn? Oh. Oh, kleiner Ecklein. Boy. So, darf ich jetzt kurz raus? Na komm schon. Dieses Spiel spielt mit meinen Gefühlen. Doch, genau das wollte ich sagen. Ausgezeichnet. Sehr gut. Ja, warum nicht? Okay. Das ist geschafft. Wir haben... Ui. Warte mal, warte. Das ist ja... Das ist ja widerlich. Irgendwas hier an der Nase. Moment. Mach ich mal hier auf. So. 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 Das ist Penny, boi, Penny! Oh, good cheese, alrighty! Nope. So, jetzt ist glaube ich nur noch verlangsamt angesagt, ne? Jetzt ist die Frage, ähm... Ach komm, das bringt mir sowieso alles nix mehr, wir gehen rein! Mom, I'm afraid! So, jetzt geht's los! Ich kann das nicht mehr, Leute! Ich geb auf! Das war's! Ich hab keine Lust mehr! Ich lösche alles! Mach alles dicht! Tschüss! Es ist vorbei! Bis dann!